Hi Leute, ich bin Leon Mühlen, Starting Pitcher der Braunschweig 89ers. Wie ihr gesehen habt, ist unser Saisonstark gegen die Leipzig Wallbreakers mit zwei Siegen ziemlich gut gelungen. Am Wochenende, am Samstag, empfangen wir die Berliner Flamingos, Absteiger aus der 1. Bundesliga. Wir können hier echt jede Unterstützung gebrauchen. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei um 12 Uhr bei sonnigem Wetter. Wir sehen uns. Kommt vorbei, Samstag zum großen Spitzenspiel gegen die Berlin Flamingos. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Wäre super, wenn wir eine richtig große Kulisse hier hätten, die uns irgendwie nach vorne peitschen, dann versuchen wir natürlich alles, auch irgendwie Spiele, Siege hier in Braunschweig zu behalten. Wird spannend, bestimmt. Das ist eine starke Truppe, die Flamingos, denke ich. Aber wir sind letztes Jahr Meister geworden. Natürlich wollen wir das wiederholen, einfach weil die Meisterparty geil war. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020